Herzlich Willkommen, hier ist meine weitere Anfolge auf der Touringkarte Version 7.0 und Version 2.0. Wir versuchen noch mal kurz den Kurs hinzukriegen mit den Düngen. Wir stellen ihn mal ein, ich habe ihn selbst vollgeladen und mal schauen ob er jetzt das hinkriegt und entsprechend alleine zum Punkt hinfährt zum Aufladen. Dann werde ich mir mal schauen, mal kurz den Überführungskurs bei Einfahren. Muss ja irgendwie klappen. So klappt er ja ganz gut. Mit Düngen klappt ja, aber mit Vollnachladen hat nicht geklappt. Nebenbei düngen wir noch auf Feld Nummer 48 unser Rapsfeld. Da wir im Frühjahr nachher bei Gelegenheit Nachschub kriegen können. Also wenn du einmal Wachstum kommen musst und dann nochmal düngen. Und dann sind wir damit durch. Mit den Rapsfeldern und dann später noch das Weizenfeld glaube ich. Das können wir auch noch düngen. Nur hier will ich kuppern, sobald wie möglich. Und die Temperatur lässt er sogar zu. Aktuell, wenn das dann klappt mit Düngen, können wir auch bei Gelegenheit kuppern. Den Traktor habe ich schon gekauft für das Kuppern. Also ich überlege mir noch gleich einen Flugzeug zu kaufen, dass wir einen zu stehen haben. Dass wir nicht leer fahren müssen. Und sparen wir uns ein bisschen Arbeit ein. Also Fahrstrecke. Unser Nachbarbauer hat noch ein bisschen Soja zu stehen. Ob der, naja, noch reif wird. Ich glaube nicht. So, mal sehen wie hier jetzt fährt. Wäre nämlich schön, wenn das packen würde. In Anführungszeichen. Denn, äh, der Geras ist halt da. Und die können wir halt an, aber die nicht verwerten. Also, ich sag mal, guter Dünger, ne? So, sehr gleich leer. Sollte er einklappen, da klappt er eigentlich. Der schöne Klopper, ne? Wenn man so guckt. Ein riesen Teil. Eine schöne Konstruktion. Ich werde auch hier den Teil wiegen, ne? Jetzt fährt er zurück. Und man sieht, ob er wieder dahin fährt. Also, ich habe eigentlich nur einen Kurs eingefahren. Also, wenn ich zwei, drei hätte. Ist ja okay, der will woanders hinfahren, ne? Aber das ist ja in dem Fall nicht der Fall. Lassen wir uns überraschen, ne? Müsste ja eigentlich so den Punkt fahren, wo wir mal starten wollten, ne? Wenn wir Führungskurs eingefahren haben. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Jetzt kann man mit zwei Rechner brauchen. Na ja gut, das war ja jetzt eingeplant. Wir wollen uns auch mal so ein Dings kaufen. Solarzellen für draußen und wiederum, wenn ich abends aufnehmen, ist auch egal, ne? Muss ich mal sehen. Eigenstromerzeugung, also fährt schon wieder in die Richtung. Wir müssen da hinfahren, rechts, da, wo die Kuhweite beginnt. Fährt geradeaus. Macht der nicht. Gut, dann machen wir einen neuen Aufjuskurs, ne? Wir laschen beides. Und wir fahren mal einen neuen Aufjuskurs ein. Neu heißt neu. So. Das heißt, wir fahren mal ein bisschen anders. Oder gleich. Ja, normalerweise, wir können ja bei der Höhe anfangen, ne? Das ist ja kein Problem. Beginnen wir, ob das zum Grund sein könnte. Schauen wir mal, ne? Möglich ist es. Das heißt, jetzt fahren wir mal die Runde ein. Ich bin schon ein bisschen ungeduldig. Jetzt müssen schon... Wenn das nicht klappt, dann sind wir so ein bisschen gereizt, ne? Aber wenn man eine Fehler rausfindet, ist nicht so einfach, ne? So schnell fahren wir auch nicht gut, dann ist die Traktoren unberechenbar, wenn wir so ein bisschen fliegen, ne? Also, auch zur BGH, zum Gärreste. Das ging ja so tief, das wird ungünstig, ne? Aber das war original, ne? Das machen wir kurz jetzt voll. Rückwärtsfahren, Wendemanöver, Kreuzungspunkt, Abladepunkt, Parkplatz. Normalerweise macht er hier das automatisch. So kenne ich das. So. Jetzt geht's weiter, wenn wir schön nach die Kurve kriegen. Sonst haben wir nichts davon, weil er irgendwo zu heftig fährt und dann einen Crash macht. So, hier aufs Feld. Dann Möglichkeit, bis kurz vor dem Pfeil. So, das würde ich mal so sehen. So. Jetzt mal den Kurs beenden. Speichern. Wir schreiben wieder mal Überführung, ne? Überführung. Zwei. Da hinter. Völf. Völf. Nichts, völf. Völf. Geer. Reste. Oh ja. Geerreste. Ja. Geerreste. Kleffert auch das andere. Aber wir werden mal sehen. Geerreste. Und dann müssen wir noch Dings anhängen, ne? Das kann auch sein. Umgekehrt, ne? Dünn. Felsbrüch. Feldbrüch. Lass uns nicht mit dem Doppelrot arbeiten. Das ist egal. Aber er haut schon Dünger raus, ne? Also okay, Reste. Wollen wir jetzt vorne anfangen. So, rot in Sand. keine ahnung was ich erst vor hat er fällt ja ein strich lang wo es eigentlich so kein kurs ist also wo das sei schon fertig wenn er jetzt nachschub holen würde müsste er wieder einklappen oder macht irgendwas für den kurs lang ich weiß auch nicht genau was ich da jetzt angegeben habe muss ich sagen also jetzt dass er den kurs hier vorne keine ahnung das ist eine kurs gewinnt ach so man denkt ja normal das ist im grunde egal hauptsache macht die arbeiten ja wie es sein soll dass wir die zwei gehen dahinter ich weiß dass der zweiter versuch ist und wenn ich anders ja gut bei der fläche können wir auch noch allein machen bei der kleinen fläche notfalls müssen wir halt mit einem großen lkw halt mal nachschub holen also groß ist ja wieder weniger wie da aber besser wie nix entscheidend ist ja die frage ob er jetzt nachschub holt das ist die entscheidende frage denn jetzt haben wir gleich wieder alle die alle muss aufgefüllt werden wird entlassen So, jetzt machen wir mal folgendes. Wir laden jetzt den Kurs. Düngen, Feldnummer 36. Dann laden wir den Kurs. Überführung 2, Gehreste. Riesen wir an. Müsste einiges Nachschub holen. Denn das ist ja da. Ich will ja nicht Nachschub selber holen. Sonst ist ja kontraproduktiv für uns. Das soll ja jetzt von alleine funktionieren auf Dauer. Soll er am Startpunkt anfangen und dann ist gut. Oder hier gleich rechts und entsprechend folgen den Kurs. Weil das mir dann auch recht. Und dann nicht so wählerisch. Jetzt scheint es zu funktionieren. Warum das verordentlich geklappt hat? Keine Ahnung. Oder verkehrten Kurs eingefahren oder ungünstig? Keine Ahnung. So, er fährt los. Wir fahren jetzt mal kurz mit. Was schaffen wir noch? Und dann sehen wir weiter. Dann wird nichts voll gemacht. Man muss ja die Sache beobachten. Muss ja funktionieren. Das ist ja auch nichts. Wir wollen ja, wenn wir schon kein Null bezahlen, aber zumindest funktioniert das, was funktioniert. Können wir hier machen? Gehre? 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 So, jetzt ist die Gehreste eingestellt normalerweise. Und dann müsste das auch einfüllen. Man muss natürlich auch achten, dass man immer wieder auf Gehreste einstellt. Also es kann sein, dass man sich auf Güldes rückstellt beim Neuspielanen oder so. Dann kann es sein, dass es nicht funktioniert. Dass er da entsprechend durchfährt, ohne zu beladen. Also Gehreste muss immer drin stehen. Das wird fest. Wer jetzt auch düngen möchte mit Dünger, mit Flüssigdünger. Oder mit Unkaut, der muss es auch entsprechend ändern. Ja, oder macht voll. Das ist gut. Wir haben nicht so viel Gehreste, dass wir locker alle Fälle düngen können. Und dann werden wir ja blöd, wenn man sich machen würde. Und wenn er alleine fährt zum Nachschub holen, ist das doch perfekt. So. Dann werden wir halt nur düngen bei... Ja, man nennt sich gerade Notfällen, aber wenn wir es zweiten, dritten Mal düngen, ne, jetzt in der Gruppe... ...kommt man wieder den Dünger runter und dann können wir hinterher gleich wieder düngen, theoretisch. Und dann werden wir die Aussaat machen, ne, dann geht's nicht, glaube ich. Aber jetzt, bevor wir koppeln, können wir locker düngen. Also... Jetzt soll er auch zurückfahren, um den Punkt, wo er aufgetaucht hat. Und dann da weitermachen. So. Das hat er dann gedacht. So, jetzt fährt er so ein Lebenpunkt, wo er eigentlich aufgehört hat. So, jetzt natürlich Felder, die jetzt ungünstig, äh... Also wenn es viele Bäume im Weg stellen und er sucht den kürzesten Weg, dann ist das ein Problem, ne. Aber jetzt so, in dem Sinne, müsste er jetzt eigentlich irgendwo da hinkommen, wo wir zum zweiten Mal aufgehört haben. Die Stelle hat er sich normalerweise gemerkt. Ne, geht er, klappt er auf. Mach dann da weiter. So ist das. So, liebe Schauer, das soll es als Erfolg mal gewählt werden. Hat geklappt. Zum zweiten Mal. Man muss damit Geduld haben, ne. Also, probieren, probieren, probieren. Und dann irgendwann klappt es auch. Wenn es nicht klappt, muss man halt allein machen, ne. Dann sage ich mal Tschüss und Danke, Danke, Tschüss und Winke, Winke. Danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Dann geht es nämlich weiter. Tschüss. Tschüss.